Ah, da ist der Weg, aber nein. Wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal angegriffen werden. Ich hör's schon. Au. So, der ist schnell hier runter. Ach Mist, da oben war noch was. Also erstmal ist da noch ein Gegner. Jetzt trinke ich lieber einen, sicher ist sicher. Ich hab vergessen, dass an der Kante noch was versteckt war. Der Ring der Lebenden, den können wir uns nachher angucken. Ne, sonst war hier nichts. Ah. Die sind da hinten beschäftigt. Wow. Das war knapp. Sehr knapp sogar. Jetzt aber weg hier. So, hier kommt nämlich die Nebelwand und hier sind wir eigentlich recht safe. Jetzt müssen doch alle anderen kommen, dann kann ich alle mal hochheilen. Vor allem Vengal, der hält ja zum Glück sehr viel aus. Das brauche ich hier alles nicht. Ich brauche Reparaturpulver. Oh, ich sollte das dann nochmal so versuchen, weil das Ding hat ja ein bisschen, genau, einen Zauberboost. So, kommen wir zum letzten Bossfight. Nämlich Lut und sein Bruder. Das sind Avas Geschwister. Lut und Zallen, genau. Erst einmal Lut, weg. Oh, auf jeden Fall ist es so... Oh, auf jeden Fall ist es so... Ow. Ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass das nicht auf mich gerichtet ist. Nein, das ist auf die App, die App, die App ist gerichtet. Das da ist auf mich gerichtet. Ow. Okay. Sie ist weg. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. So, ich hoffe mal, du bist Lut. Nein, du bist Zallen, das ist... Egal. Ich hoffe mal, Zallen bufft sich nicht gleich. Das kann er nämlich. Oh, Heidespear ist in Gefahr. Er bufft sich. Das ist nicht sehr gut, wenn er sich bufft. Jetzt brauche ich nämlich fast nicht versuchen, ihm Schaden zu machen. Ich mache ihn nämlich keinem Schaden. Solange das anhält... Und er macht mir verdammt viel Schaden. Ow. Ich muss warten, bis der Buff nachlässt. Was demnächst passieren sollte. Was demnächst passieren sollte. Jawohl, er hat nachgelassen. Wenn der Buff nämlich aktiv ist, hat Zallen doppelte Rüstung, doppelten Angriff und heilt sich. Wie man unschwer erkennen konnte. Er macht den Buff aber erst, wenn Lut tot ist. So. Gut. Und das Ganze im First Try. Ist ja cool. Das letzte Mal habe ich das nämlich nicht im First Try geschafft. Da bin ich, glaube ich, zehnmal hierher gerannt. Damit haben wir das DLC auch abgeschlossen. So. Gefrorenes Eleum Lois. Oh, wir haben sie da 60 Menschenbilder. Kleine orangene Blüte brauchen wir alles nicht so wirklich. Leusselen, die kann ich auch mal wegpacken. Ja, Begleiter, Lut und Zellen. 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 Seele von Selm, die Diener des Weißen Königs. Jede der sieben Bestien des Weißen Königs hatte eine spezielle Aufgabe. Selm war für den Gnadentod der Verbanden verantwortlich. Mit der wundersamen Seele dieser Bestie können mehrere Seelen erworben werden. Seele von Lut, Diener des Weißen Königs. Jede der sieben Bestien des Königs hatte eine spezielle Aufgabe. Lut war für den Gnadentod der Verbanden verantwortlich. Also ja, in den Außenzonen da. Gut. Reisen wir nach Majula. Und lassen dieses DLC auch hinter uns. Puh. So, dann packe ich mal wieder mein Zeug richtig hin. Ach ja, die Wurfmesser. Die ich so selten benutze. So, von ihr kaufe ich nochmal 20 Heilsteine. Und gehen mal Diener und Thilo besuchen. Also die Krähe nehmen dazwischen. Die Damen haben uns nämlich garantiert nichts Neues zu sagen. Die schweigt. Sie schweigt. Sie schweigt. Gut, das heißt hoch zum Krähen-Nest. Ja, mit den ganzen Fackeln hier sieht das wirklich hell und freundlich aus. So, und dann legen wir erstmal die Prisma-Steine ab. 15 Stück. Mal sehen, was bei der Lotterie so rauskommt. Wahrscheinlich nur ein Haufen Schrott. So. Kleine blaue Blüte. Abfall. Abfall. Gelbe Blüte. Lebenstein. Das ist okay. Eine gelbe Blüte. Eine blaue Blüte. Ein Menschenbitt. Das ist nice. Abfall. Gelbe Blüte. Eine Titanitscherbe ist okay. Orangene Blüte. Gelbes Kraut. Eine schwindende Seele. Eine gelbe Blüte. Okay. Ja, ich gebe euch ja warm und weich. So. Alter, iridischer Stein. Seele der stolzen Ritters. Ist okay. Und ein Feuertrackenstein. Jo. Ein bisschen Schrott. Ein bisschen was anderes. Ich muss sagen, das Wellerke Outfit mit dem Umhang sieht richtig cool aus. Das passt doch irgendwie zum Rest der Rüstung. Ja. Gut. Jetzt haben wir was etwas langwieriges vor. Denn bevor wir zum Endkampf kommen, habe ich noch eine offene Sache zu erledigen. Und die wird recht... Garstig, sag ich mal. Garstig, sag ich mal.